Wir sind in Baku, es ist Sonntagabend, Sie sehen, es dunkelt. Wir sind eine Woche unterwegs und besuchen vier Länder, Usbekistan, Kirgisien, Kasachstan und eben jetzt hier zu Beginn Aserbaidschan. Es geht darum, dass wir das OneBeltOneRoad-Projekt von Asien nach Europa etwas besser kennenlernen. Es geht darum, dass wir unsere guten Dienste anbieten und es geht darum, dass wir die Partnerschaft pflegen, die wir in der Weltbank und im IMF leben. Viel Arbeit, Arbeit, um letztlich Wertschöpfung zu Hause zu generieren, zu helfen, damit wir die Jobs bei uns möglichst gut erhalten können.